Jetzt haben wir die wichtigsten Konzepte der Anwendungsfallmodellierung kennengelernt. Gehen wir daher gemeinsam noch ein paar einfache Beispiele der Anwendungsfallmodellierung durch. Das erste Beispiel, das ich Ihnen bringen möchte, ist das aus der Kirche, nämlich des Beichtens. Die Kirche und die Informatik haben ja mehr gemeinsam, als man im ersten Moment vermuten würde. Denn sowohl in der Informatik als auch in der Kirche spielen Protokolle eine große Rolle. Das heißt, auch in der Kirche habe ich Protokolle, wenn der Pfarrer etwas sagt, im nächsten Moment knien sich alle nieder und so weiter. Das heißt, hier haben wir strenge Protokolle, wie wir sie eben auch in der Informatik benötigen. Und hier sehen wir uns die Beichte an. Wir wollen nun eine Online-Beichte über einen Messenger-Dienst konzipieren. Wenn ich mich an die Beichte so recht erinnere, war es immer so, dass da ein Pfarrer und ich als Sünder involviert waren. Daher haben wir diese beiden Rollen, Sünder und Pfarrer, mit dem Anwendungsfall Beichten verbunden. Es war aber immer so, dass ich bei der Beichte vom Pfarrer aufgefordert wurde, danach zu beten. Da gab es nie eine Ausnahme. Und daher kann man beten als inkludierten Use Case von Beichten betrachten. Sehr oft ist es ja so, dass die Leute beim Modellieren von inkludierten Anwendungsfällen keine Beziehungen mehr zu den Akteuren einzeichnen. Weil sie sagen ja, das sind dieselben wie beim übergeordneten Basis-Use Case. Hier sehen wir, warum das nicht der Fall ist. Denn das würde ja bedeuten, dass beim Beten sowohl der Sünder als auch der Pfarrer involviert sind. Soweit ich mich aber ans Beichten erinnere, musste ich das immer alleine machen. Da hilft mir der Pfarrer nicht. Und dementsprechend werden auf keinen Fall die Akteure bei inkludierten Anwendungsfällen vererbt. Und ich muss sie immer neu einzeichnen. Und daher verbinde ich in diesem Fall den Anwendungsfall des Betens nur mit dem Sünder. Mir ist ja auch schon zu Ohren gekommen, dass hin und wieder auch Pfarrer sündigen können. Dementsprechend könnte ich auch modellieren, dass ein Pfarrer nichts anderes ist als ein Sonderfall eines Sünders. Und dann könnte ein Pfarrer auch bei einem anderen Pfarrer beten. In der Praxis würde ich das jedoch nie einzeichnen. Wir haben ja gesagt, wir reden bei den Akteurinnen von Rollen. Und dementsprechend kann eine Person, wenn er die Ausbildung zum Pfarrer genossen hat, sowohl die Rolle des Pfarrers als auch des Sünders einnehmen. Daher ist das auch in dieser Lösung ohne Generalisierung abgedeckt. Wir kommen zu einem weiteren Beispiel aus dem Bereich des Golfens. Dieses Beispiel soll noch einmal verdeutlichen, dass bei Extend und Inklud nicht vererbt wird und es durchaus ja Fälle gibt, wo das gar nicht gewünscht ist. Sehen wir uns das also an. Es gibt den Anwendungsfall eines Doping-Tests. Und hier nimmt sowohl eine Golferin als auch eine Doping-Kontrolleurin teil. Beide gemeinsam führen den Doping-Test durch. Ein Doping-Test kann ja unabhängig von einem Wettbewerb stattfinden, in dem einfach die Kontrolleurin vor der Türe steht. Daher ist das auch ein selbstständiger Anwendungsfall. Natürlich ist es so, dass auch im Rahmen von Wettbewerben, diese sind ein eigener Anwendungsfall, Doping-Tests durchgeführt werden können. Nicht immer ist das der Fall, aber es könnte der Fall sein. Daher ist dies eine Extendsbeziehung zwischen dem Doping-Test und der Teilnahme bei einem Wettbewerb. Durch diese Extend-Beziehung werden die Akteurinnen, die Beteiligten, nicht vererbt. Sollte ja auch nicht so sein, denn beim Wettbewerb nimmt ja nur die Golferin teil und nicht die Kontrolleurin. Daher zeichnen wir explizit am Wettbewerb teilnehmen die Golferin ein. Gut, und bei so einem Golf-Wettbewerb ist es ja auch notwendig, dass die Golftasche mittransportiert wird. Dieses Transportieren der Golftasche ist hier ein eigener Anwendungsfall. Und das ist jedes Mal der Fall. Die Golftasche muss immer transportiert werden bei einem Golf-Wettbewerb. Und daher haben wir eine Include-Beziehung zwischen Teilnehmern am Wettbewerb und die Golftasche tragen. Jetzt gilt aber, dass die Golferin sich die Tasche niemals selber trägt, sondern hat dafür eine Caddy. Und dementsprechend gilt, dass diese Beziehung des Golfers an Carry Bag nicht vererbt wird, weil die Golftasche trägt ausschließlich die Caddy. Wir kommen zu verschiedenen Anwendungsfällen für eine Prüfungskorrektur bzw. Bewertung. Bei diesen sind auf unterschiedliche Art und Weise Akteurinnen der Prüfungskorrektur zugeordnet. Und damit ist es auch unterschiedlich, wer die Prüfungen korrigiert bzw. bewertet. Im Fall links oben ist der Prüfungskorrektur eine Professorin und eine Senior Lecturer zugeordnet. Dadurch entsteht praktisch eine Unverknüpfung. Das heißt, ich brauche eine Professorin und eine Senior Lecturer für die Korrektur. Darunter im Fall links unten haben wir eine abstrakte Person eingeführt. Und von dieser abstrakten Rolle Person erben sowohl die Professorin als auch die Senior Lecturer. Wir halten da fest, dass für die Prüfungskorrektur zwei abstrakte Personen benötigt werden. Und jede dieser beiden Rollen kann ich entweder durch eine Professorin oder eine Senior Lecturer ersetzen bei der Ausführung. Das bedeutet, die Prüfungskorrektur wird dann entweder von zwei Professorinnen oder von zwei Senior Lecturer oder gemeinsam von einer Professorin und einer Senior Lecturer durchgeführt. Der Fall rechts oben verwendet keine abstrakte Rolle, aber immer noch eine Generalisierung. Diese Generalisierung legt fest, dass die Senior Lecturer von der Professorin erbt und damit alles machen kann, was auch eine Professorin machen kann. Es gilt, die Prüfungskorrektur wird von zwei Professorinnen durchgeführt, die eventuell durch eine Senior Lecturer ersetzt werden können. Dementsprechend kann die Prüfungskorrektur entweder von zwei Professorinnen oder von zwei Senior Lecturer oder von einer Professorin und einer Senior Lecturer durchgeführt werden. Das heißt, die Semantik von diesen beiden Lösungen ist letztendlich äquivalent. Nur müsste gelten, dass es für alle Anwendungsfälle so ist, dass ich eine Senior Lecturer als Professorin verwenden kann. Das ist wahrscheinlich nicht immer der Fall. Auch die Aussage, eine Senior Lecturer ist eine Professorin, ist wahrscheinlich nicht gültig. Daher ist diese Lösung zu präferieren über diese Lösung. Sehen wir uns noch das Beispiel rechts unten an. Hier ist der Prüfungskorrektur jedenfalls eine Professorin zugeordnet und eine abstrakte Person, die dann eine Professorin oder eine Senior Lecturer sein kann. Das bedeutet, die Prüfungskorrektur wird entweder durch zwei Professorinnen oder durch eine Professorin und eine Senior Lecturer durchgeführt. Das waren kleinere Beispiele zur Notation im Anwendungsfalldiagramm. Das war ja grundsätzlich relativ einfach. Worum es aber in der Praxis bei der Modellierung mit Hilfe des Anwendungsfalldiagramms geht, sehen wir im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.